In Wasserstoff zu investieren ist eine großartige Idee für Menschen, die eine nachhaltige Zukunft aufbauen wollen. Denn Wasserstoff ist das einzige chemische Element, das keine Treibhausgase oder Umweltverschmutzung verursacht, was als das größte Problem gilt, dem die Welt heute gegenübersteht. Es ist zu einem wachsenden Problem für Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen geworden. Wasserstoff ist das einfachste Element. Jedes Wasserstoffatom hat nur ein Proton. Wasserstoff ist auch das am häufigsten vorkommende Element im Universum. Sterne wie die Sonne bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff. Die Sonne ist im Wesentlichen ein riesiger Ball aus Wasserstoff und Heliumgasen. Wasserstoff kommt auf der Erde nur in Verbindung mit anderen Elementen in flüssiger, gasförmiger oder fester Form vor. Aber wie kann man grünen Wasserstoff gewinnen? Diese Technologie basiert auf der Erzeugung von Wasserstoff, einem universellen, leichten und hochreaktiven Brennstoff, durch einen chemischen Prozess, der als Elektrolyse bekannt ist. Bei diesem Verfahren wird elektrischer Strom verwendet, um den Wasserstoff vom Sauerstoff im Wasser zu trennen. Wenn dieser Strom aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, erzeugen wir also Energie, ohne Kohlendioxid in die Atmosphäre zu emittieren. Was ist die Beziehung zwischen grünem Wasserstoff und Marokko? Erstens verfügt Marokko über viel Sonnen- und Windenergie, was das Land zu einem idealen Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff macht. Der Mix aus erneuerbaren Energien in Marokko besteht zu etwa 60 Prozent aus Sonnen- und Windenergie sowie Erdwärme. Marokko ist bekannt als das erste Land, das sich zu einem Übergang zu 100 Prozent erneuerbaren Energien verpflichtet hat. In Dakla, einer der wichtigsten Wirtschaftsstädte Marokkos, wurde mithilfe eines Elektrolyseurs Wasserstoff für Brennstoffzellen aus Windkraft erzeugt. Marokko verfügt über ein reichhaltiges Angebot an Solar-, Wind- und geothermischen Energiequellen und hat auch ein großes Potenzial für die Entwicklung der Wasserkraft. Marokko erzeugt derzeit mehr als die Hälfte seines Stroms aus erneuerbaren Energien. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 52 Prozent und bis 2030 64 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Wir helfen Unternehmern bei der Gründung ihrer Unternehmen in Marokko, indem wir ihnen die nötige Beratung, Anleitung und Unterstützung bieten, um erfolgreich zu sein. Wir sind hier, um ihnen bei der Gründung ihres Unternehmens in Marokko zu helfen. Ich hoffe, Sie haben diese Informationen hilfreich gefunden. Und alles, was wir in diesem Video besprochen haben, finden Sie den Link zum Dokument in der Beschreibungsbox dieses Videos. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche, gefällt mir, und hinterlassen Sie einen Kommentar unten. Und stellen Sie sicher, dass Sie diesen Kanal abonnieren. Klingeln Sie die Glocke, damit Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wir ein neues Video veröffentlichen.